was geht ab leute fifa ist jetzt fast eine woche draußen und es kann leicht passieren dass man irgendwann die schnauze voll davon hat sind wir halt mal ehrlich deshalb habe ich mir eine tasse tee besorgt omisocken und ein neues spiel das wir jetzt ausprobieren cuphead ja cuphead ist ein spiel mit dem artstil von alten mickey mouse filmen und es ist mega schwer und zusammen sieht es so aus was upon a time in a magical place called inkwell island there were two brothers named cuphead and mugman they lived without a care under the watch fly of the wise elder cat mm-hmm one day the two boys wanted four from home and despite the elder cattle's many mornings ended up on the wrong side of the tracks and entered the devil's casino you don't want to end up on the wrong side of the tracks inside cuphead and mugman soon found themselves in a winning streak at the craps table hot dog claimed king dice the casino's lazy manager these fellows can't lose nice run boys left a newcomer on the brothers gasped was the casino's owner the devil himself now how about we raise the stakes when one more role and all the loot in my casino is yours the devil boomed but if you lose i'll have your souls deal of course neck cuphead blinded by easy rich is not a then grab the dice for throw good gosh cuphead no cried mugman for he understood the danger but it was too late it was too late snake eyes laugh the devil while slamming the floor you lose brothers trembled in fear as he loomed over them now about those souls i need to take them there must be another way yes please hmm perhaps there is i have to hear a list of my runaway adapters collect the souls for me and i just might pardon you two months now get going you have till midnight tomorrow to collect every one of those souls otherwise i'll be the one collecting yours cuphead and mugman were terribly frightened and ran away as fast as they could come on mug we have to find the other cattle we'll know him he'll know what to do take this potion so they won't hang you out to try to see it will give you the most remarkable magical abilities it will give you the most remarkable magical abilities ok let's do this tutorial ok hold down to crouch easy jump and cross dash and triangle descent ok shoot pierre he's exploded parrys parry press jump what airborne to nullify or interact with pink objects it also builds your super meter ok as a double spin ok 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 Exit. Hat them on. 3 golden Coins, und 1 mit dem Kinkert. 3 golden Coins, und 1 mit dem Kinkert. 3 golden Coins. Ha ha, Snotbaum. Möimare. 3 golden Coins. Run and gun, let's try this, okay, schießen viel, easy, lässt sich echt nice steuern. Shit, man bekommt keine Leben zurück. Und jetzt geht echt ab, noch eine Zeit, ja. Wow. Wenigstens kann man rückwärts laufen, weil Mario kann man nicht rückwärts laufen. Aber ich glaube, es geht auch nicht um Zeit, oder? Oh shit, ey. Wow. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. 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 Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Was? Ich glaub das wäre das Ziel Ha 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 Mhm, mhm, und da? Ja, und dann? Erstmal jetzt den abschließend noch Maybe Epis? No Okay Und jetzt? Nein! Okay Jetzt steht's wieder auf, Alter Ja, jetzt mal eine Chance Wow Wow Ach nee Oh, das war dumm Jetzt auch Und durch So Ah, eine halbe Stunde, Alter Erstes Level Ähm, wie wär's mal ein Endgegner? Ich glaub das ist einer Oh, man kann auf einfach stellen Neee Switch Weapon Ah, L1, okay Wow Oh Okay Ein Boom, okay Ah, jetzt hab ich kurz nochmal ehrlich geschaut Ja Ich versuch mal das Short Range Ah, nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut, nicht so gut Ah, vielleicht kann ich mir diesen Dikemove aufzurechnen Ha ha Nein Ha 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 Ah, nicht mehr so irgendwie so geil Vielleicht soll ich mich mal eine Zeit lang aufs Ausrechnen Ja, so geht's Kommen sie wieder schneller, oder? Ah, yes, yes, yes Stirb Nein, das war dann alles Kürbis Nein, äh, Zwiebelbro Oh, Zwiebelbro muss weinen Zwiebel schneiden Ah, okay Die in Russland kann man halt ausweichen, so Parieren Ist jetzt nicht so schwierig, würde ich sagen Haha Ja, das war easy Äh, dritter Gegner Okay, ja, ich hab ein bisschen Gameplay dazu gesehen Ich weiß, wie es geht Denk ich Au Also, die werden mal ausweichen und dann Die aufm Kopf fallen Nice Nice gemacht, völlig Es geht Ah, ich dachte, die erwischt jetzt noch Ein Leben noch Sind ziemlich weit Kein Fehler machen Kein Risiko eingehen Kein Risiko Team, kein Risiko Oh shit Oh shit Jetzt kommt Zweimal zweimal Und Ball Ah, das ist vielleicht ganz gut Die neue Waffe Wuhu Zweiter Versuch, oder so? Zweiter Ne, wirklich Ich glaub schon Leute, ich glaub das war's für heute Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt Sagt's mir einfach in den Kommentaren Oder lasst ein Like da, damit ich's weiß Und Keine Ahnung, wie ich heute grüßen soll Peace 2 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 7